Mein Name ist Nico Wohlei und bin Manager hier in der biotechnologischen Produktion für die Firma Böhring-Egelheim. 48.000 Mitarbeiter weltweit zeigen die Größe des Unternehmens. Hier am Standort Biberach sind es ca. 5.000 Mitarbeiter, die hier ihre Arbeit tun. Der Bio-Facharbeiter hier an der Anlage steuert über das Prozessleitsystem anhand von Rezepten die Produktion und die Herstellung des Produktes. Er arbeitet an Vermintern, an großen Tankanlagen und natürlich hier in einem entsprechenden Reihenraum. Vorwiegend suchen wir natürlich Mitarbeiter, die eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie haben. Nichtsdestotrotz sind auch Berufsbilder wie technische Industrie, Kfz-Mechaniker etc. bei uns sehr wichtig, da wir doch sehr vieles an technischem Verständnis in der Anlage brauchen. Da wir sehr viel an Prozessleitsystemen arbeiten und unser Prozessleitsystem entsprechend das Rezept für die Produktion ist, sind natürlich entsprechende PC-Kenntnisse wichtig für uns. Schichtbereitschaft ist für uns natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, da unsere Kollegen in der Produktion überwiegend in Schichten arbeiten. Da wir an Medikamenten arbeiten, sollte ein Bio-Facharbeiter in unserer Produktion zuverlässig sein, sorgfältig arbeiten. Natürlich suchen wir motivierte und engagierte Mitarbeiter für die Produktion. Und da die Kollegen hier in überwiegend selbstorganisierten Teams arbeiten, ist Teamfähigkeit und Teambereitschaft natürlich sehr wichtig für uns. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.